Wo stehst du? Auf diesem Punkt. Ja, das ist doch ein schöner Punkt. Auf jeden Fall ist das ein schöner Punkt. Okay, alles klar. Hier auf der C-Flip 2013. Genau. Xperia Z die zweite. Ja, da ist es schon besser. Ich kann das nicht so auf Stichwort. Wirklich, 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 ich fang nochmal an. Dann nochmal. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass es 1, 2, 3, 4 war. War es nicht. Probieren wir gleich beim anderen Gerät aus. Oder war es 4 mal die 0? Man weiß es nicht. Ne, war es nicht. Naja. So. 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 Wird es wohl so gehen? So. 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 Läuft, läuft, läuft. Mach, mach. Ja, so. Ja, jetzt doch nicht. Doch, jetzt läuft schon. Okay. Sagen wir mal, jetzt habe ich voll nicht aufgepasst vorhin. Und Objekt entfernen. Er verarbeitet jetzt. Und sagt mir dann. Na, komm her. Ja, ja. Vorführeffekt. Wow. Hat das eben auch so lange genommen? Nein. Ja, wir haben es kaputt gespielt, ne? Ja, wir schneiden das dann zu einer richtigen Version. Alter, ich dreh hier ein Video. Entschuldigung. Ja, ich fang nochmal an. So. So. Etwas abseits. Eine ausgesprochen. Tschüss. Ähm, Onscreen Buttons. Dadurch hat man halt. Weil sie zuhört, was wir sagen. Oh nein. Das ist ja nicht so, als ob sie das später dann irgendwie auf YouTube auch nicht suchen könnte. Ach ja, okay. Oder als ob sie sich irgendwie dafür interessieren würde. Das ist ja nicht so, als ob sie sich irgendwie dafür interessieren würde. Und da ist ja nicht so, als ob sie sich... Bis zum nächsten Mal.